Nach zwei Handgeräten kann man schon sagen, es läuft auf einen Zweikampf hier im Ludwigsburger Forum hinaus. Jelena Vitrychenko, die Mehrkampf-Weltmeisterin und Alina Kabaeva, die Europameisterin. Und zwei völlig verschiedene Stile. Ein sehr eleganter, tänzerischer Stil bei dieser 22-jährigen jungen Dame aus der Ukraine und dann das komplette Gegenteil bei der 15-jährigen Russe. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine sehr austrittsstarke Übung der Weltmeisterin. Und gleich bekommen wir mehr Akrobatik, mehr Dramatik und vor allen Dingen mehr Ersanz zu sehen bei ihrer Konkurrenten. In ihrem Beitrag im Winners Final liegt den Ball. Aber nun darf sie wirklich dann als Nächste, als Zweite in diesem Wettbewerb.